Musik Ich bin Arzt, ich muss hier durch! Was ist das denn? Musik Und wir sind uns sicher, wir kriegen wieder Spaß Die Bühne ist jetzt unser, ist Donner jetzt gefrust Denn hier ist ein Pendlob, habt ihr das gewusst? Alles läuft so wie es soll Das Mars ist voll What is that denn? Ja Männer, herzlichen guten Abend Und das ist ja herrlich, fantastisch Und das ist jetzt hier der neue Fanclub von Das Mars ist voll Und du bist der Vorsitzende oder was? Jawohl Ich sehe, der Bürgermeister ist auch da Ich glaube, der Bürgermeister hat noch keinen Fanclub Also der kann auch kommen, höre ich gerade Musik Gleich kommt ne tolle Hübsche, die hattet vielleicht drauf Da gehen bei uns allen die Augen ganz groß auf Bühne, Hörspiel, Fernsehen, was sie alles kann Sie wird's uns gleich erzählen Eva Habermann Alles läuft so wie es soll Das Mars ist voll Total heiß und voll Also sowohl unser Gast als auch die Räumlichkeit Eva Habermann Guten Abend Dienstlagen Ich finde das ja überhaupt total geil Also echt geil, dass ihr so eine Talkshow habt Das ist total abgefahren Ja, hab ich ja schon mal erzählt Ich hab mich ein bisschen durch Inas Nacht inspirieren lassen Aber, wie wir ja auch wissen Ja, aber du siehst nicht aus wie Ina Ne, das stimmt allerdings Und ich spreche auch nicht so wie die Ina, ne? Macht ja nix, aber ich finde das toll Aber das Konzept, und da muss ich auch nochmal den Herrn Bürgermeister ansprechen Das schien ihm vor fünf Jahren zu gefallen Und dem Generalbevollmächtigten von der Niespa Von der niederrheinischen Sparkasse, Rheinlippe auch so Und das sind natürlich hier unsere Hauptsponsoren Natürlich auch noch mit Pico Kosmetics Wo wir uns herzlich bedanken Jetzt kommt natürlich der Werbeblock und die Helmich Gruppe So, zurück zu dir Ah, ich hatte noch erstmal eine Frage Warum ist dein Fanclub nur aus männlichen Mitgliedern? Also ich, das wollte ich nur mal kurz fragen Weil ich dachte mir schon Hallo, wo sind die Frauen aus Dienstlagen? Eva, weiß ich nicht, warum Achso, Gott Nein Entschuldigung Nein, nein, das ist Nochmal, du hast angefangen mit ganz jungen Jahren Ich glaube acht oder neun Da warst du schon bühnenaffin Naja, also ich habe mal mit fünf Jahren Bei einer Kinderserie mitgespielt Dass es immer tatsächlich über Zeitungsanzeigen ging Also Augen auch für Zeitungsanzeigen Casting erstmal Ja genau, Casting Wir suchen den und den und so Und ich finde das toll, weil da hat jeder eine Chance An deiner Widerstand Du hast relativ schnell schon zum ZDF Im Hof, glaube ich war das Das war das ZDF gefunden Nach deiner Abi-Zeit oder während der Abi-Zeit Also ich habe mit 17 eine Rolle bekommen Die hatte meine Schwester mir rausgesucht Im Hamburger Abendblatt Hatte mir das hingelegt Meinte Eva, bewerb dich da Weil da musste jemand reiten können Und irgendwie spielen können Und dann habe ich mich da beworben Habe den vorgespielt Und die waren ganz happy damit Und ich habe dann danach mit 18 mein Abitur gemacht Und war dann eben Habe dann irgendwie angefangen Hauptberuflich zu spielen Das war alles über Castings Es war immer, wo man sich vorstellen muss Und dann, wo man dann halt irgendwie überzeugt hat War denn dann schon bei dir der Einblick Dass du sagtest Ich glaube das wird auch wirklich Meine berufliche Laufbahn Oder gab es noch so Alternativ-Ausbildungen Naja es ist so Also mein Papa hatte immer die Einstellung Der sagte halt zu mir Och die ist eh so hübsch Die wird dann irgendwann heiraten Und wird eh nicht irgendwie arbeiten Und da hat er sich aber geirrt Ich bin immer noch nicht verheiratet Also okay Meine Mutter fand es immer relativ cool Irgendwie Aber sie fand es auch nur dann cool Wenn die Nachbarn nicht ankamen Weil es ist wirklich so Ohne Scheiß Wenn man was spielt Wo man böse ist in der Rolle Da kommen die Nachbarn dann an Zu meiner Mutter und sagen Warum war die Eva so böse in der Rolle Was ist denn mit der los Und meine Mutter dann immer so Irgendwie sinkt im Boden Ja ich kann da auch nichts für Dass sie solche Rollen spielt Ich sag das mal wirklich Er spielt Weil es die Rolle verlangt Einen Vergewaltiger Einen Kriminellen Einen Entführer Das ist ja nicht gerade positiv Aber auch sowas muss besetzt werden Ist das schwierig für ihn Im privaten Leben Dass man ihn darauf spiegelt Und dass viele Leute ihn gar nicht erkennen Das ist doch eigentlich die Komödie Oder das ist jetzt das Spiel Naja was heißt Komödie Aber das Witzige ist halt zum Beispiel Ich hatte auch bei dem Remake mitgemacht Von der Schwarzwaldklinik Mit Klaus-Jürgen Wusso Ja Und da kamen dann Leute an einem Hotel Und haben ihm ihre Wehwehchen geklagt Und ob sie ein Rezept haben könnten Und das Ding war Klaus-Jürgen Wusso war da schon ein bisschen älter Und fühlte sich dann auch ganz angenommen in der Rolle Und hat dann auch tatsächlich Tipps gegeben Also es gibt ja viel mehr Beispiele Zum Beispiel Willi Herren aus der Lippenstraße Der hat mit Nazi gespielt Und dann wurde er verkloppt irgendwie In der U-Bahn Ja natürlich, klar Also du wirst immer damit identifiziert Was du gerade spielst Ich habe gerade eine Rolle gespielt In Bonn am Konterer Kreistheater Die Rolle war relativ dämlich und dumm Und ich merkte das immer schon bei meinem ersten Auftritt Dass im Publikum alle gestöhnt haben Oh, ist die doof Guck mal Oh nein, was hat die jetzt gesagt? Also weil die Leute kommentieren ja alles Gerade im Theater Da haben sie ja so eine Interaktion dann auch Und alle so Oh Als das ganze Publikum stöhnte Und ich dachte mir Na ja, okay Hast du irgendwas richtig gemacht Aber irgendwie fühlt es sich nicht gut an Du hast im Vorgespräch Ich war ja in Bonn im Konterer Kreistheater Und da kommen wir nachher nochmal zum Ende halt hin Ich würde aber gerne jetzt auch auf deine Ausbildung kommen Das heißt, du bist relativ schnell zu dem Schluss gekommen Schauspiel ist doch dein Leben Und du hast dann Rollenstudium steht in deiner Vita Ist das was anderes als Schauspielschule? Nein, absolut nicht Also es ist so Also ich wurde von 2000 Leuten ausgesucht Auch es war wieder mal eine Ausschreibung Diesmal eben Also keine Ausschreibung Sondern es war einmal in der Zeitung Und dann noch im Radio Wo sie Moderatoren gesucht haben Für den Disney Club Und da hatte ich mich beworben dann mit 14 Und ich hatte mich ganz ganz doll aufgebrezelt Und da hat der Regisseur erstmal zu mir gesagt Wisch dir das alles mal aus dem Gesicht Also bin ich erstmal auf Toilette gegangen Hab alles weggemacht Und war dann total rot gerubbelt Und sah relativ komisch aus Aber ich bin damals halt irgendwie unter die letzten Sechs Kandidaten gekommen Und das hatte mich dann ermutigt Weiter zu machen Weil ich dachte mir Okay Ich war damals noch ein bisschen jung Irgendwie für das Ganze Aber trotzdem das hat mir irgendwie gefallen Schauspiel Sprechunterricht Gesangsunterricht Das hast du auch nochmal gemacht Nein Aber ich war da halt 14 Und danach habe ich dann eben angefangen Weil mich das ermutigt hat Habe ich dann eben Sprechunterricht genommen Und halt Schauspielunterricht Und Gesangsunterricht Um mich möglichst gut darauf vorzubereiten Aber weil ich wollte mich eigentlich auf eine Schauspielschule vorbereiten Aber dann kam es nicht so weit Weil ich dann irgendwie relativ früh schon gedreht habe Und wenn du erstmal drehst Das Ding ist wirklich Also ich kann allen potenziellen Schauspielern nur hier raten Man muss relativ früh anfangen Weil später ist es wirklich sehr schwierig Nur mal schauen Das ist jetzt fast jedes Jahr hast du so 5 bis 10 Rollen Übertreib mal nicht Also es waren mal Kommt halt drauf an Guck mal wenn du eine Serie drehst Dann kommst du ja nicht dazu mehr zu drehen Als irgendwie eine Sache im Jahr Und sonst sind es halt verschiedene Sachen Und ich mag aber lieber konstant irgendwas drehen Weil du einfach da mehr die Zeit hast Irgendwie dich zu positionieren Und irgendwie deine Rolle auch zu zeigen Rosemunde Rosemunde Rosamunde Pilcher Boah Ich habe Frau Pilcher persönlich kennengelernt Ist wahr Und diese Frau ist 75 Und hat uns alle an diesem Abend unter den Tisch gesoffen Ist das dann Wie kriegen die das jetzt hin Wenn du sagst in England Da regnet es ja immer Aber in den Serien ist ja immer Sonne Oh Gott Drehen die ein halbes Jahr Oder für eine Stunde Ich kann es dir erzählen Also wir drehen dann immer Alle Außenszenen Drehen wir innerhalb von zwei Tagen Da hast du mega Stress Und musst gucken irgendwie Dass du irgendwie die ganzen Szenen Da hast du auf einmal 15 Szenen an einem Tag Der Tag wird dann auch sehr lang So fast 17 Stunden 17? Ja Also der längste Tag Den ich jemals gedreht habe War bei Action Concept in Köln Und wir haben angefangen um 14 Uhr zu drehen Und wir waren am nächsten Tag um 5 Uhr morgens fertig In der Zwischenzeit kam einmal die Polizei vorbei Weil wir da rumgeballert haben Und die hatten das irgendwie nicht angekündigt Und also auf jeden Fall war es so Dass wir halt da gedreht haben Und ich hatte dann nach 17 Stunden Meine erste Nahaufnahme von dem Tag Also wenn man dann so richtig rangeht Und der Produzent hat nachher gesagt Wie sieht die denn aus? War ich so Und das kam halt nicht so gut an Kann man sich denn nach so vielen Stunden mal warten Wie ist das mit dem Text? Irgendwann ist doch auch glaube ich der Geist runtergefahren, oder? Der Text, das geht immer noch Gerade beim Fernsehen ist ja immer nicht ganz so viel Aber das war nicht das Problem Das Problem war eher das Aussehen Dass ich irgendwie Ich weiß nicht, wie alt war ich da? Das war vor 14 Jahren Und da ist es halt dann schon so gewesen Dass ich dann sehr alt aussah Dann am nächsten Tag Wie haben dich denn deine Eltern da begleitet? Waren die eher ängstlich? Du bist jung Du gehst in diese künstlerische Schiene Haben die das unterstützt Oder haben die eher gewarnt davor? Also wie gesagt Also mein Papa war sehr egal Weil er dachte, ehe ich heirate Du heiratest bald, ja Ich habe dann auch schon mal geheiratet Nämlich mit 21 Mein Tennislehrer Wir waren aber nur ein Dreivierteljahr verheiratet Und das war alles relativ Also ich fand den ganz toll Aber der war dann sehr eifersüchtig Also wann immer ich ein Drehbuch bekommen hatte Hat das durchgeblättert Kussszene Okay Bettszene Kussszene Das drehst du nicht Also es war sehr schlimm Ehrlich, war das schon sehr Guck mal Aber ein Tennislehrer Hat ja auch seine eigene Einstellung dazu Der weiß, wie viele Frauen ihn anbaggern Und dann denkt er halt Okay Da geht auf jeden Fall was Meine Mutter fand das immer irgendwie total cool Und sagte einfach Komm, lass sie mal ausprobieren Ja Aber ich glaube, beide hatten die Hoffnung Dass ich dann häuslich werde Melvin mit Alive A stormy night to pass A long shift in the rubble Above us only stars And they do not know the struggle This war, it knows no end We do not comprehend That it will last forever Why do we still pretend The time that's in our hand Won't be our last endeavor We are the ones to blame We are the ones who suffer We will not be the same We'll be our new world's mother I wanna feel again I wanna breathe again I want to be human I wanna do it right I wanna end the fight I wanna end the fight We will be one again We are alive That's all we could have passed for If we don't end our strife What is there left to die for? Our time is running out There's nothing left to fear No reason to be buried If our end is near Why aren't our dreams so buried? We need to feel within We need to breathe again We will be our own heroes We need to change within To reward everything We change the path we follow We are alive That's all we could have asked for If we don't end our strife If we don't end our strife What is there left to die for? Our time is running out War after war Soul after soul A million bones Till we end our strife Till we want more Till we want more We are alive That's all we could have asked for If we don't end our strife Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich mache jetzt Theater. War das dann auch der Beginn, wo du dann mit 13 deine ersten Memoiren geschrieben hast oder sowas? Im Kopf schon. Im Kopf schon. Aber dann ging es ja weiter. Aber woran hast du das festgemacht? Warum jetzt so eine Begeisterung für Bühne? Ich sage das für den Bühner, weil damit meine ich eigentlich auch das ganze Genre. Aber man muss ja unterscheiden. Bei der Bühne bist du, auch das hast du ja auch gemacht in Bonn, bist du sofort gespiegelt. Einmal versprochen, einmal Faden verloren, bist du raus. Warum das Schwierigere eigentlich? Ich will das jetzt im Nachhinein gar nicht so überhöhen. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Es hat halt viel mehr Adrenalin freigesetzt. Bei mir jetzt. Das mag ja bei jedem anders sein. Aber mir hat es halt viel mehr Adrenalin freigesetzt. Weil bei diesen Film- und Fernsehsachen, jetzt ist man als Kind auch noch ungeduldiger. Man hängt halt ständig da in diesen komischen Wohnwagen rum und isst Käsebrötchen. Und das dauert ewig, bis man da mal drankommt. Und dann macht man mal eine Minute was und dann sitzt man wieder rum und so. Und beim Theater war es einfach irgendwie, ich weiß, dass das nicht stimmt. Nicht falsch verstehen, aber für mich hat sich das halt damals so angefühlt. Ich sag doch gar nichts. Aber dein Gesicht spricht Bände, Eva. Ich hab dich nur fragend angeschaut, aber egal. Für mich war es so. Und Prost. Ja, zum Wohle. Danke für die Einladung. Gerne. Prost. Prost hier, liebes Publikum. Prost. Ja. Prost. Lieber das Maßes Voll-Fan-Club. Und Prost. Prost Melvin. Prost Melvin. Prost. Eva, wenn du auf der Bühne, und ich weiß, du warst in Bonn, glaube ich, du hast ja über zwei Monate jeden Tag, außer montags, jeden Tag gespielt, performt. Was macht man dann, wenn man diese, und diese böse Grippe war ja jetzt da am Start. Was macht man denn da? Oh, ich hatte die definitiv auch, und ich hab dann morgens schon gedacht, wie mach ich das heute Abend. Aber ich hatte dann so ein Inhaliergerät, wo ich halt immer, also Inhalieren hilft dir einfach so kurzfristig, aber ich bekam eine sehr interessante Stimme. Ich klang dann teilweise in einer Vorstellung wie so eine Kneipenbesitzerin in Hamburg. Oh, das ist so eine Stimme. Und hab dann so gesprochen. Und dann wieder ganz löblich und ganz süß. Nein, aber es war echt sehr abwechslungsreich. Von daher hat es mir nicht geschadet wirklich, aber also diese Grippe war schon mies. Was macht man in so einer Situation? Gibt es dann Ausfälle? Wird man dann ausgetauscht? Also, naja, also damals in dieser Amateurtheatergruppe hatten wir Doppelbesetzungen. Da konnte also jemand anders einspringen. Das ist jetzt aber, muss man schon sagen, jetzt bei uns zum Beispiel oder generell im professionellen Theaterbetrieb, zumindest an den Stadt, Staat, Theater, Landestheatern, Turniertheater, kann ich es nicht genau einschätzen, aber ich glaube eigentlich auch nicht der Normalfall. Und da muss man dann entweder krank spielen oder... Spielen, ja. Ja, also, ach so, ja, genau. Entweder krank spielen oder die Regieassistentin, der Regieassistent muss einspringen oder mal die Regisseurin, der Regisseur, im schlimmsten Fall muss man absagen. Soll ich etwas sagen, also es ist so, am Theater, jetzt zum Beispiel in Bonn, beim Kontrakreistheater ist es so, wenn man ausfällt, gibt es keinerlei Ersatz und alle Kollegen werden an dem Abend nicht bezahlt. Und das ist der Unterschied zwischen privaten Theatern und öffentlich geförderten Häuser. Du stehst dann ein bisschen unter Leistungsdruck, weil wenn du ausfällst, sind alle anderen ein bisschen angepisst. Oh, Kollektivstrafe, ne? Ja, ja. Aber das ist ganz interessant, dass du sagst, das würde ich jetzt nicht als Thema generell aufmachen, aber das ist natürlich wirklich ernsthaft der Unterschied. Das wäre bei uns nicht der Fall. Also wenn bei uns eine Vorstellung bis zum gewissen Zeitraum vorher abgesagt wird, dann gibt es trotzdem Bezahlung auch für die... Ja, aber meistens weißt du erst morgens, wie es dir geht und dann sagt man halt, ich kann heute echt nicht, also ich... Mirko, da kommen wir auch zu so einer skurrilen Stimme. Du hast mir im Vorgespräch, ja, skurrile Stimme ist jetzt schlechte Brücke, aber die Entwicklung eines Jugendlichen ist ja nicht immer normal, also die Eltern hätten immer gerne, ja, so ein gewisses Klischee, gute Noten, ist lieb, geht zeitig ins Bett, aber du, du bist Punker gewesen oder so eine Art schon? Ja, nö, also das war ich nicht, würde ich sagen, aber ich war sehr viel mit Punks unterwegs, aber die habe ich sehr gemocht und auch sehr gelebt, aber immer mit Hemd. Mit Hemd? Mit Hemd und diesen Haaren und Brille. Was warst du, ein alternativer Punk oder wir haben... Ein Spießer-Punk. Ein Spießer-Punk. Weil zum Beispiel Docs, diese Doc Martens Schuhe, habe ich mich erst im hohen Alter getraut zu kaufen, dann habe ich mich damals nicht getraut. Ich hatte irgendwann so, ich war so ein bisschen dadurch irgendwie cool, also bei denen, die mich kannten, dass ich halt so wahnsinnig uncool war und das mochte ich. Und das, ernsthaft, und das mochte ich dann wiederum ganz gerne eigentlich. Na ja, also aus der Angst heraus, sich nicht zu trauen, cool zu sein, wurde ich unfreiwillig in der Außenwahrnehmung dann cool, weil ich sozusagen mein eigenes Ding durchgezogen habe. Und das habe ich verstanden, irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt und habe es dann wiederum zum Image hochstilisiert. Das ist schon fast eine Formel, für die man leben kann. Mirko Schombett hier, herrlich, herrlich. Ja, der Niederrhein-Anzeiger, der schreibt jetzt, und dann erwartet das, das Maß ist voll Publikum, einen Youngstar. Vincent Sierp, ein wirkliches Talent aus Dienstlaken, er zog von Dienstlaken in die große Welt, um als Schauspieler in Berlin eine Ausbildung zu beginnen. Wir bleiben bei den Künstlern, die auf der Bühne stehen, jetzt sehen wir schon den Zweiten, bei dem die Haare wehen, ein Youngstar unverdorben, dazu auch noch sehr lieb. Es ist kein Apotheker, es ist der Vincent Sierp, alles läuft so wie es soll. Das Maß ist voll, so voll, komm hier auf die Bühne, wenn du es denn schaffst, lieber Sierp, Vincent. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, do you feel okay? I feel very okay. Okay, very okay. Elfter, siebter, 94 bist du geboren. Ganz genau, ich bin aus der Winterdepression meiner Eltern entstanden. Das ist die junge Dame hier vorne und der ältere Herr dort hinten. Jetzt guckt die Mutter den Vater an und weiß jetzt wirklich nicht, soll sie nicken oder soll sie mit den Schultern zucken, aber deinen Eltern und wahrscheinlich sogar dir selber, kurz nach der Geburt, war schon klar, aus dir wird entweder ein Politiker oder ein Schauspieler. Warum kamen die Eltern auf so eine Aussage? Weil ich immer sehr vorlaut war und eigentlich, wie kann man das sagen, sehr umgezogen und immer meine Meinung gesagt hat. Und sie meinte, entweder wirst du Schauspieler oder Politiker. Und dann habe ich mich für Schauspieler entschieden, weil die brauchen nicht Lügen. Ah, der kam auch weiter, da muss der Bürgermeister jetzt wieder, der Bürgermeister muss jetzt wieder in das Gras beißen. Vorsicht, dünnes Eis. Dünnes Eis in Dienstlaken. Deswegen wohne ich auch in Berlin und nicht in Dienstlaken, da kann ich sowas sagen. Aber ich muss da ganz kurz nachhaken, was war denn dein gemeinster Streich oder womit hast du jemanden total bloßgestellt? In der Ernst-Ballach-Gesamtschule hatten wir draußen Spinde und ich war damals ein großer Käppi-Liebhaber. Und ich hatte glaube ich fünf Käppis im Spind und die Lehrerin hat mich jedes Mal rausgeschickt, meine Kappe abzuziehen. Und ich kam, ich glaube, fünfmal oder sechsmal mit einer neuen Kappe rein. Und du hast das ja befolgt, was sie sagte. Ich habe das genau gemacht. Zieh die Kappe ab. Nein, zieh diese Kappe ab, wurde gesagt. Und ich habe das mit so Nutzen gemacht und nachher aufgezogen. Finde ich total gut. Also dumm ist der Junge nicht. Dumm ist der Junge nicht. Dumm ist der Junge nicht. Ich war als erstes auf einer BWL-Schule. Das war das, wie nennt man das, das Berufskolleg in Dienstlaken. Da war ich ein halbes Jahr und habe nach dem halben Jahr fast mit meinem Kopf diese Tastatur kaputt gemacht, weil ich einfach nicht richtig zurecht damit kam. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das Einzige, was ich wirklich im Leben gelernt habe? Und das war Theater. Schon damals an der Ernst-Ballach-Gesamtschule bei Jochen Gerberding. Und dann habe ich tatsächlich im Internet gegoogelt, Schauspielschule. Als erstes kam die Schauspielschule Charlottenburg. Ist das der Chef oder ist das der Leiter, der Vater von der bekannten Schauspielerin Alexandra Maria Lara? Das ist Valentin Platteriano. Valentin Platteriano. Aber Valentin ist ein Herz von Seele. Ist ein Herz von Seele, ein Rumäne, sehr gut in Geschäfte, diese sehr gut. Das ist auch schon wieder so eine Performance, ne? Das ist der Schauspieler. Kannst du sehr gut interpretieren? Weil ich einfach jahrelang bei Valentin gewesen bin. Und das war sehr einfach und sehr geschickt, da irgendwann zu probieren, diese da zu gut hinzukriegen. Aber so darfst du mit ihm nicht reden. Er fühlt sich dann wahrscheinlich veräppelt, oder? Ach, der findet das super. Der ist ein Herz von Mensch. Erzähl mal so ein bisschen. Das ist eine rumänische Familie, der kam aus Rumänien und war da irgendwie Intendant am Budapester Staatstheater irgendwann. Ist dann nach Berlin gekommen, ausgewandert auf der Flucht. Das ist klar, das kennst du, ne? Und hat dann in einem Theater den Boden gewischt. Der war Intendant und ist dann nach Deutschland gekommen, mit dem Boden gewischt und hat sich das danach alles selber erarbeitet und hat dann seine eigene Schauspielschule gegründet. Seit rund 25 Jahren. Seit 25 Jahren? Ja. Und hat sich etabliert, wie man... Hat sich etabliert. Ist eine private Schauspielschule. Das heißt, man muss Geld dafür zahlen, dass man dorthin gehen darf. Danke Mama, danke Papa. Danke Mama, danke Papa. Das kann man ja auch mal sagen. Ja, ja. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen, dass meine Eltern mich da unterstützt haben. Wenn man dann 20% abgeben. Immer 20% Tier, 20% Agentur, da bleibt ja nachher nichts mehr übrig nach 40% Steuern. Da bist du... So, und abgeschlossen hast du deine Ausbildung 2016, so richtig mit Zertifikat und... Mit einem Diplom. Mit einem Diplom. Mit einem Diplom. Dann hast du da einen dicken Stempel drauf und dann hast du, du bist Schauspieler. Das war jetzt die Frage so ein bisschen an Mirko. Wie geht man denn damit um, wenn man dann doch vielleicht manchmal erkennt, du gibst so viel Herzblute rein. Du machst... Vielleicht hast du gar nicht so ein Beispiel, aber ich könnte mir vorstellen, dass man manchmal sagt, warum mache ich das eigentlich? Hast du so ein Gefühl schon mal gehabt? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Wie motivierst du dich? Oder bist du eigentlich damit bis jetzt super zufrieden? Nee, also im Verlauf der gesamten Jahre, weil ich habe jetzt vorhin auch gehört, 17 Tage ist zwar ein krasser Tag. Absolut. 17 Stunden war das. 17 Stunden ist ein krasser Tag. Aber das gibt es natürlich, weißt du das eh, gibt es ja im Theater ganz oft, dass man dann irgendwie auch diese... Von mir aus auch 17 Stunden irgendwie knackt. Und das dann für eben gar nicht so ein großes Gehalt? Jetzt natürlich schon, aber... Michael, alles sehr gut. Damals habe ich dafür einen Hunger noch gearbeitet. Also, Moderationen, du machst Reiseberichte, das liegt dir super am Herzen und du kommst durch die ganze Welt... Was heißt am Herzen? Das macht mir einfach nur Spaß. Das macht dir Spaß. Weil ich finde es einfach super, es ist einfach so ähnlich, also wenn ich... Also ich mache auch relativ oft für NTV so Reisereportagen, wo ich halt sage, das ist mein Aruba oder das ist mein Jordanien. Da komme ich halt irgendwie hin und der Redakteur sagt, schau dich ein bisschen um, was interessiert dich? Es kommt nachher eh, also ich spreche nachher einen Off-Text drüber und die ganzen Infos. Und dann mag ich gerne einfach nur den Leuten vermitteln, so wie als wäre es meine Mama, der ich kurz erzähle, komm mal, ich bin hier und das und das passiert hier und das ist voll spannend und das ist ungewöhnlich. Und deswegen, ich mag so gerne moderieren, weil ich einfach super neugierig bin und den Leuten gerne mitteile, was ich gerade erlebe. Und ich versuche das auch immer wirklich so, also, was heißt ich, ich versuche das, mir macht es einfach Spaß und deswegen erzähle ich den Leuten einfach nur, was sich lohnt hier anzuschauen und ich bin dann auch immer Feuer und Flamme. Schön. Kommen wir aber zum anderen Thema. Genau, dein Herzensprojekt. Du hast zwei Benefits oder Charity-Projekte, die du unterstützt. Es gibt so ein Hamburger Projekt, das heißt Stiftung Kinderjahre, weil ich finde es immer irgendwie schön, wenn man irgendwie Leuten hilft oder Kindern hilft, das wirklich unmittelbar hier in unserer Nähe ist. Weil man kann sich das gar nicht vorstellen, aber das ist wirklich, also jedes fünfte Kind in Hamburg hat teilweise eben, also was heißt teilweise, die haben keine Schuhe im Winter zum Anziehen. Und Stiftung Kinderjahre, die kümmern sich halt um sozial benachteiligte Kinder, dass die eben die richtigen Klamotten bekommen oder dass sie auch, was weiß ich, Geigenunterricht bekommen, weil man ist sich wirklich nicht bewusst, dass es so viele Leute unter uns gibt oder Kinder unter uns gibt, denen es so schlecht geht. Also die wirklich auch Hunger haben und es ist wirklich so, also ungewöhnlich. Und das ist mir eigentlich erst dadurch bewusst geworden, dass ich eben jemanden kennengelernt habe, die Hanna Loreley, die hat jetzt auch das Bundesverdienstkreuz bekommen, weil die wirklich sich eben für diese Sache total einsetzt. Ich will das überhaupt nicht mies machen, also versteht mich bitte nicht falsch. Aber ich finde das so krass, dass es hier wirklich vor der Tür, in Hamburg, wo man sagt, das ist eine Großstadt und die haben doch alle irgendwie, werden alle versorgt. Es stimmt einfach nicht. Eva Habermann hier bei uns beim 17. Das Maß ist voll. Vielen herzlichen Dank. Vincent, zwei Dinge. Du bist ja nicht nur in Berlin jetzt gewesen, sondern du hast eben auch so eine kleine Weltreise gemacht. Indien. Ist das richtig? Warum? Warum Indien? Warum nicht Schweiz? Weil jede brotlose Kunst braucht auch Urlaub und ich habe da eigentlich nur die Banane gebräunt. Die Banane gebräunt. Das war nur Urlaub für mich. Wenn du zurück nach Berlin gehst, wie sieht dein nächster, oder kann man dich irgendwie auch nochmal sehen? Oder was machst du morgen? Wo bist du on Tour? Also meine liebe Mutter wird mich heute Nacht noch zum Duisburger Hauptbahnhof bringen, damit ich morgen früh um 6 Uhr vor der Kamera für eine Werbung stehen kann. Nee. Für welche Werbung? Darfst du erzählen? Für Quitex. Das ist eine From A to B App, die dir vermittelt, welchen Weg du am schnellsten gehen kannst. Kenn ich super geil. Ist das von Deutsche Bahn AG? Nee, alles. Also A to B ist quasi Flugzeuge, ist Mitfahrgelegenheit und Bahn, also die kann ich auch nur empfehlen. Im Prinzip, ja. Ich weiß keine Werbung. Doch, ich mache unfreiwillig Werbung für dich. Und wo sieht man dich im Internet? Sie sieht man dich im Fernsehen? Das hört dann hauptsächlich im Internet laufen, glaube ich. Aber egal, den Link... Ey, keine Sau kommt mir Fernsehen. Internet ist eh das Hauptmedium heutzutage. Ja, schaut einfach hier auf der Facebook-Seite, das Maß ist voll und wenn ihr noch nicht geliked habt, dann macht ihr das und da kommt dann dein Link. Also morgen früh um 6 Uhr in Berlin dann frisch machen und dann... Kicken wir mal, ja, ja. Ich will nichts versprechen. Vincent Sirk! Glück auf! Glück auf! Ganz genau. So, Mirko, und du machst das, nicht das Schlussgebet, sondern du machst nochmal einmal die Bühne für die Bürger. Das ist so ein Stichwort. Kannst du das nochmal erwähnen, was das ist, was steckt dahinter? Okay, das mache ich ganz schnell. Wir haben hier, als wir 2014, also wir jetzt vor allem, die jetzt neu dazugekommen sind, nach der Intendanz von Thorsten Weckerlin, eine Bürgerbühne gegründet mit vier Spielclubs, dort ein Jugendclub, ein Kinderclub, ein Club 55 Plus für alle, die das entsprechende Alter, namensgebende Alter haben und einen interkulturellen Mehrgenerationen-Club. Wer also immer hier Theater spielen möchte, kann sich an Anna Scherer wenden, auf der Homepage steht alles und kommt. Und da reden wir gleich nochmal drüber. Und was mir aber besonders wichtig ist, das nutze ich jetzt mal kurz als mein Werbeblock, Premieren und so kommen hier ja noch und nöcher, aber weil ich das so schön finde, dass hier auch so viele Leute sind, am 22. Juni feiern wir unseren Care aus. Juli oder Juno? Juno. Juno, also sechs. 22, sechs. Feiern wir unseren Care aus. Stimmt das, 22? Ja. Ja. Wir haben vorher die Premiere unseres Kinderstücks Patterson und Findus, alle herzlich eingeladen und danach ab 18 Uhr sind sie alle bei uns auf den Tenterhof eingeladen, wir grillen, wir trinken Bier, wir quatschen, wir hören Musik, es gibt Musik, es gibt Programmen. Alles für Ommel. Alles, das Bier und das Grillen, nicht, aber lassen Sie einfach für einen sehr günstigen Preis, kommen Sie einfach vorbei und dann holen wir einfach alles nach, was wir jetzt nicht geschafft haben. Dankeschön. Mirko Schomberg. So, und dann können wir gleich im Applaus-Modus bleiben, ein ganz großes Dankeschön an meine Gäste, Mirko Schomberg. Wincent Sirf. Und die bezaubernde Eva Habermann. Ich darf den Axel nach vorne bitten und der hat ja noch ein kleines Präsent und bis der Axel nach vorne gekommen ist, darf ich noch sagen, das nächste Maß ist voll. Das 18. ist mit Olaf Thon. Also wer Fußball liebt und wer Schalke akzeptiert, der ist herzlich willkommen. Marien Hufe, eine Triathletin hier aus unserer Ecke und bei dem Dientalent bin ich noch am Baggern, aber da wird es auch was ganz Interessantes geben. Herzlichen Dank, ihr lieben Zuhörer, Zuschauer. Ich freue mich und ich übergebe ganz kurz an Axel. Ja, ihr Lieben. Ja, wir haben hier noch eine kleine Erinnerung an euch, also hier an diese schöne und kultige Kneipe. Da gibt es eine richtige Münze, damit ihr euch ein bisschen daran erinnert. Denn Blumen, die verwelken. Und die Münze, die zeigt so ein bisschen aus, dieses Haus hier auf der Rückseite der Stadt von Dienstlaken. Und so ein bisschen über die Geschichte von der Kneipe, wo ihr heute seid. Vielleicht kommt da mal irgendwann mal, wenn ihr ein Bierchen trinkt, kommt da einfach mal hin. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Hat ganz toll gefallen. Und das ist für dich. Bitteschön. Vielen Dank. Und Wenzel, die wünsche ich dir viel, viel Erfolg für deine Karriere. Und ich glaube, ganz Dienstag steht hinter dir. Jawohl. Ja, Mann. Vielen Dank. Wer weiß, was sich nochmal ergeben wird, aber möglicherweise kann man nicht wissen, aber diese drei Personen in irgendeinem Film, in irgendeinem Movie, auf irgendeiner Bühne. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da seid. Und danke, liebes Publikum. Wir wünschen uns noch hier einen schönen Verweilstundenabend. Ihr Roland Donner. Bis zum nächsten Mal. Danke. Er sagte sie nach der Tür, nach der Tür, das sagte er, das sagte er. So sah ich zu, dass ihn niemand stören konnte. So geschah es wöchentlich. Er sagte Jim, sie nach der Tür, denn eine Frau wird kommen. Eine Frau wird kommen. Und so geschah es wöchentlich. Und eine Frau fragte nach ihm. Er sagte Jim.